hallo leute heute mal wieder ein update zum hausbau in thailand und zwar haben wir hier das 35.000 euro haus ich habe ja vor genau einem monat hier schon ein video gemacht wo wir uns dieses haus angeschaut haben da wir übrigens gerade der konstruktor also derjenige der das haus baut das bauunternehmen sagt man so richtig auf deutsch kann ich noch deutsch schwierige sprache und ja jetzt einen monat später schauen wir uns mal so den zwischenstand an ein einfaches thai house was ich aber persönlich jetzt auf den zweiten blick heute ich bin schon mal durchgelaufen sehr schick finde und ja auch echt gut gebaut also beim ersten mal hätte ich mir nicht gedacht dass es dann so gut kommt aber ihr werdet heute sehen wir werden durchlaufen alles mal anschauen darum mache ich jetzt auch das video dass man auch so ein bisschen die bauqualität sieht was man da bekommt für 35.000 euro und hier werden nachher zwei personen drin leben und ein kleinkind auch das noch als referenz und ich werde dann noch ein video machen wenn das haus komplett fertig ist ja im vergleich zum letzten mal haben wir jetzt auch vorne beim eingang eine treppe oder die stufen hier das war beim letzten mal noch nicht dann werdet ihr auch sehen dass das meiste schon verputzt ist dann auch die decke im inneren bereich ist schon drin steckdose also die ganzen stromleitungen sind auch schon drin und wasser ist auch komplett verlegt und eben die badezimmer verputzt ich habe beim ersten video ja auch ein foto noch gepostet ich werde das erste video hier noch verlinken damit man auch sehen kann wie das dann ausschauen soll wenn es fertig ist aber hier sicherlich mal eine schöne breite treppe hier haben wir dann den eingangsbereich alles ja wie schon im letzten video gesagt mit ytong steinen oder es gibt auch noch andere begriffe je nachdem was man für eine marke nimmt aber das sind siebner steine teilweise doppelt gemauert wie man auch hier sehen kann oder dreifach sogar hier beim eingangsbereich das kann man schauen das sind sogar drei lagen interessant hätte man wahrscheinlich auch gleich grössere steine nehmen können aber die haben jetzt hier einfach drei lagen gemacht das wäre dreimal 7 über 20 cm dann hier sieht man schon mal den verputz vielleicht auch noch interessant da mal zu schauen wie das hier ausschaut mit dem putz haben sie auf dem betonpfeiler danach ist auch ytong oder qcon oder was das auch immer dafür markensteine sind und so schaut der verputz aus in thailand verwenden sie beim verputz ich würde jetzt mal behaupten zu 99 prozent keine netze auf die ganze fläche oft mal werden die kanten verstärkt und es kann aber auch sein dass dann mit der zeit das ganze etwas brüchig wird das sieht man bei den meisten häusern in thailand weil eben keine netze verwendet werden aber korrigiert mich wenn ich da falsch liege aber ich meine in europa werden ja netze verlegt und dann erst verputzt damit der putz auch besser hält dann sieht man hier oben auch die elektrik wie die verlegt wurde und die runterhängende decke da haben wir noch etwa 15 bis 20 cm luft zwischen decke dieser blech decke die oben isoliert ist habe ich im letzten video gezeigt wie dick die isolation ist oben auf dem dach und dann der runterhängenden decke und im zwischenraum sind diese gelben rohre verlegt und die gelben leitungen mit diesen boxen verzweigungen und da wird dann eben auch der strom verlegt genauso es ist nicht schlecht wenn man hier auch überall noch revisionsöffnungen hat die nicht vergisst weil wenn man was wäre müsste man dann darf noch rankommen ok dann gehen wir hier rein da sind gerade die arbeiter noch da gehe ich nur ganz kurz aber die räume kennt ihr ja schon vom vom letzten video da drin wird noch gearbeitet da was ich dem bauunternehmer schon gesagt habe ich finde es gut dass sie mittlerweile auch viele steckdosen verlegen auch bei den etwas preiswerteren häuser weil steckdosen ist oftmals wenn ich vielleicht ein fertiges haus kauft das seht ihr dann dass immer ein mangel an steckdosen besteht und ja hier hat wahrscheinlich auch der derjenige der baut also der inhaber vom haus gesagt er möchte viele steckdosen haben ist wichtig in thailand finde ich auch für ventilatoren und so dass man da oder auch mal noch in der küche hier sind wir in der küche dass man ein reis kocher einstecken kann und was man halt alles benötigt dann habe ich gar noch erfahren dass die farbe auch schon da ist und frei wird uns noch schnell zeigen was es da für farbe gibt mich aha 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 okay okay also im badezimmer kommt da noch so ein spezieller mörtel oder zement waterproof sagt ja schon alles so wasserdicht ich glaube das nehmen sie dass eben der boden dann auch wasserdicht ist bevor dass die die fliesen drauf kommen hier also wird von toa toa ist eine bekannte marke in thailand und dann die farbe anisi kao jama ja das ist dann die farbe da haben sie so muster obendrauf ich glaube die kommen sie ist ein bisschen gelblicher leicht so ganz leicht gut das ist für innen und die ist für aussen man merkt auch ein bisschen der unterschied aber beide farben fühlen sich auch an wie latex das fährt dasselbe wie ich auch zu hause habe weil das ist ja vor allem wasser abweisend also das kommt ja zuerst nachher kommt die farbe und viele verwenden mittlerweile in thailand so eine latex farbe die kann man dann auch gut abwaschen wenn es mal dreckig wird ok schauen wir mal noch schnell das badezimmer an das habe ich auch letztens gezeigt da sind die abläufe die waren aber auch schon letztes mal verlegt da ist doch nicht viel geschehen außer dass sie hier noch ein bisschen eingezeichnet haben und strom strom hier oben wisst ihr wahrscheinlich für was das ist für den durchlauferhitzer in thailand bauen die meisten leute ohne warmwasserboiler also nicht mit einem boiler und dann überall warmwasserleitungen verlegen sondern die machen dann in der dusche einen durchlauferhitzer damit sie auch warmes wasser haben in der dusche und was ich auch schon gesehen habe es gibt auch leute die machen einen durchlauferhitzer unter das lavabo also das waschbecken damit sie auch dort warmes wasser haben ich habe das bei mir zu hause nicht ich habe bei mir nur die dusche die warmes wasser hat nicht mal die küche grund thailand ist extrem heiß und es wird ja auch immer wärmer hier du hast im sommer hast du sowieso heißes wasser das aus der wasserleitung kommt ausser du hast irgendwie einen wassertank unter dem haus oder in der erde damit das nicht so schnell abkühlt nicht so schnell warm wird sowie aber sonst sobald der wassertank wie auch hier hinten draussen steht also hier steht er dann wahrscheinlich voll in der sonne wenn die da nicht noch ein dach darüber machen wobei der tank wird nachher noch versetzt so wie ich gehört habe der kommt noch näher ans hause heran aber die werden warmwasser haben also der tank der wird hier massiv bestrahlt von der sonne das wird brutal heiß sein das wasser darauf das muss man achten wenn man so einen wassertank hat dass dieser nicht voll in der sonne steht was auch standard ist meistens bei allen häusern in thailand noch so ein weg ums haus herum von einem meter bis einem meter fünfzig wie man hier auch sehen kann wenn man mehr möchte dann muss man in der regel noch etwas obendrauf bezahlen was ich bei mir zu hause ich habe zum beispiel zwei meter fünfzig das wäre mir jetzt ein bisschen zu schmal hier wenn man jetzt keinen garten hat geht es aber wenn jetzt noch einen garten hast und hier mit karetten schubkarre etc hin und her fahren muss dann reicht das meiner meinung nach nicht so und schauen wir noch schnell wie die jungs das hier machen so ein kleines gerüst aufgestellt und das sind die arbeiter wie sich es gehört ein bisschen musik und dann wird hier draussen verputzt wenn ihr kompanie tangan die ja das war ein kleines update hier von dem 35.000 euro haus ich habe vorher gar noch gesehen was da noch alles reinkommt und hey das wird sehr interessant aber das werde ich euch dann erst sagen wenn das haus fertig ist vor allem was fenster und so angeht also wenn ich jetzt wie gesagt sehe was da noch alles reinkommt und dann der preis es schon schon extrem heftig wie günstig dass das ganze ist dann haben mich noch diverse zuschauer gefragt ob ich die kontaktdaten vom bauunternehmen bekannt geben kann ich habe das im letzten video gemacht das steht in der video beschreibung ich werde es hier auch wieder rein posten in die video beschreibung aber die machen nur häuser in chaam ich habe das auch schon im letzten video gesagt sie machen nur häuser in chaam swimming pools etc vor allem die swimming pools die sind weltklasse die haben meinen pool gebaut bei mir zu hause und ich glaube den kennt ihr ja bereits den habt ihr auch schon gesehen wie toll der ausschaut und die machen das wirklich nur in chaam sie haben sehr viele anrufe bekommen nach dem letzten video aus chiang mai hua hin süd thailand also von überall von von euch die auch gerne ein haus haben oder einen pool aber sie machen wirklich nur hier in chaam die haben so viel arbeit die die bleiben nur hier also sorry für all diejenigen die etwas enttäuscht sind dass die baufirma da nicht in ganz thailand häuser baut aber es ist also ein lokaler bautrupp der nur hier in chaam häuser und pools baut dann sehen wir uns im nächsten video wenn du magst bleib gesund und grüsse aus dem heute sehr feuchten und heissen thailand kommt